Wir starten, viel Spaß! Oh man, jetzt ist das wieder ohne Spaß! Wir haben halt so fünf Buberts vor sich und ein nach dem anderen immer. Ach doch nicht, wir machen noch ein bisschen. Warum können wir Faro die Lobby ent... Ah, das ist... Leute, ihr dürft nicht Buberts sagen. Ihr dürft einfach nicht Buberts sagen, das macht alles wieder... Da bin ich direkt nüchtern. Buberts, buberts, buberts. Guten Tag, ihr Pfann. Viel Spaß. Hallo YouTube! Jetzt machen wir eine Runde Among Us Chester. Das könnte jetzt ein Short werden oder ein ganzes Video. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Das werden wir gemeinsam herausfinden. Boah, Smaggy. Hallo. Richtig reingespielt gerade. Ich wollte die Antwort nicht geschickt. Ja, du bist halt alt. Ich bewutte dich. Da schreiben wir, du bist alt. Ich tippe eine Nachricht und vergesse, die abzuschicken. Smaggy steht bei Katz am Download. Ja, das ist am Download. Ich weiß nicht, wer noch nach links gelaufen ist. Es sind nicht viele nach links gelaufen. Wenn nur der nach links gelaufen ist, ist das ein Töter sonst. Vor mir. Connor, die nach links gelaufen. Mal den Lebercase ausmachen. Ich habe es nicht verstanden. Wer ist nach links gelaufen? Connor ist nach links gelaufen. Connor? Stark, Connor? Stark. Erzählen Sie sich, erklären Sie sich. Hey, ich bin nach Reaktor gegangen. Äh, Sternchen war Upper Engine noch, wie ich da gelaufen bin. Genau, Upper Engine liegt sich auch. Aber es ist einfach keiner danach sonst noch nach links gegangen aussehen. Ja, kann ich. Warte, 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 warte. Hold up, hold up. Es könnten aber trotzdem noch irgendwie Leute vielleicht zurückgelaufen sein oder was auch immer. Nee, aber ich bin auch schon drauf. Ich glaube, du warst vor Sternchen und V war hinter Sternchen. Sternchen Sandwich. Also, also ich glaube, wie gesagt, ich sage nur, was ich gesehen habe. Ich habe Sternchen das letzte Mal in Upper Engine gelassen, bin zu Reaktor und habe meine Task gemacht. Wie steht denn die Möglichkeit für den Monat? Dieses Knöpfchen drücken, was ich absolut scheiße finde. Zahlen, weil ich nicht zählen kann. Das ist schon krass. Also, Faru, Zuali, Smegi, äh... Wer war noch am Download? Oh! Was ist, wenn Faru Sternchen gebissen hat? Und sein Alibi einfach verpasst. Ja. Nee, Faru... Das kann ja lieber smart sein, wollte ich gerade sagen, Smegi. Faru war gerade noch in der... Ja, wollte ich gerade sagen. Aber Connors Name ist... Wo war Faru? Da war gerade noch, ähm... Cafeteria. Genau, ich bin gerade losgelaufen, nach links. Also... Und Soali war auch... Ja, aber wir werden Els der Bait sein können. Vor allem ist das schon mal los. Äh... Connors, ist Magi dein Mate zufällig? Was hab ich gemacht, Jam? Hm, Magi ist vielleicht zumindest bei mir. Ich bin so ruhig. Das hab ich auch eben gedacht. Ich hör links. Achtung. Mach's Jam? Bill! Ist ein Reintrollen, damit die mich voten. Wobei, ich müsste vernünftig spielen, damit die mich voten. Weil wenn ich vernünftige Calls mache, dann voten die mich, die Schweine. Wann wubert's legal? Herr Scholz, wann wubert's legal? Hm? Hm... Stugi läuft ja zu Franz und Soali. Nach unten ist, äh... Shoshi gelaufen. Das heißt, Faru kommt jetzt hier lang. Shoshi ist bei ihm. Wir laufen jetzt nach rechts. Faru und Stugi und Stugi sind nach links. Was? Wer bist denn du? Hör mal. Bist denn du? Bin ich ja gar nicht wieder. Dieses Kinoi. Hallo Jam, hallo Franz. Du musst rauchen. Alarm! Alarm! Nooo! Alarm! Alarm! Faru war's. Ah, nee, noch ist gar keiner tot. Könnten wir, könnten wir bitte Connor auf äh, Vampir gässen? Dankeschön. Hä? Ich hab die Leiche befragt. Wir müssen eh voten, also gässen wir jetzt nicht. Du hast die Leiche befragt? Ja. Doch, dafür ist wieder jemand anderen gestern. Nicht zu gestern. Nee, voten meinst du? Komm, Jala, ich mach das direkt. Nein, 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 nein. Nein. Äh. Oh. Oh. Okay, Conor, wenn du gestern kannst, es könnte sein, dass ich nicht ein Medium bin. Ja, Conor, wenn du gestern kannst, gest mal Franz auf Hacker. Hacker? Warum? Weil du Farben abgecheckt hast, nochmal. Oh, da hat jemand, da waren wir auch schneller. Wir haben ja kein Crew gestern mehr, Maggie müsste ja wirklich Läuer sein eigentlich. Ich bin kein Läuer. Jetzt mal Shoshy auf Sheriff, Connor. Nein, ich bin kein Sheriff. Gäst du mal auf Sheriff, bitte? Nein, das ist mein Jack Sheriff. Tschüss Maggie, was ist denn mit dir? Der ist Chester, 100%. Du bist Chester. Okay, wenn das ein Chester ist, dann ist das ein sehr guter Chester. Ich bin Crew, ich hab ihn doch extra verarscht, der soll sich vergessen. Ich dachte nicht, dass Franz Hecker ist. Franz wird wahrscheinlich was Böses sein. Wirklich, der hat doch gesagt, da war jemand anders schneller. Stugi oder Soali, einer von den beiden ist Killer, einer von den beiden hat höhere Vision. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich hab Stugi gevotet. Ja, aber es waren gerade nur noch zwei über alle anderen. Weil du Killer bist, Stugi. Ich hab gesehen, wie du mit Soali rumlaufen bist. Wo ist Soali jetzt hin? Weil Soali Killer ist. Votet Stugi raus. Votet Stugi raus. Du bist Chester. Wir gehen. Safe Chester, ja. Du bist Chester. Soali hat ihn auf die Chester gegästet. Victory. Du bist Chester, du bist Chester, aber jeder votet nicht los. Ich wollte dir noch helfen, damit ich halt so tue, als ob ich mich geäste für die anderen. Und bla, damit du halt vielleicht nicht mehr so im Vordergrund... Aber ja, scheiß drauf. Du warst auch noch geschieldet, Miggi. Ja, von mir. Das war geschieldet. Ja, ich weiß von's. Das war's. Du bist Chester. Du bist Chester. Du bist Chester PRIMpmma. Bis zum nächsten Mal.